Ja, hier bin ich nun. Ja, nachts um drei war ich natürlich zu Hause, ganz schön gorki. War ein fantastisch geiler Urlaub, muss ich sagen. Von Essen bis Strandabschnitt kann ich, glaube ich, nur empfehlen. Ja, was mache ich jetzt? Erstmal eine halbe Stunde joggen auf meine Laufbahn. Das hat mir doch schon ein bisschen gefehlt. Ja, und heute ist ja Sonntag. Vielleicht gamm ich noch ein bisschen ab oder mach was im Garten. Das macht mir schön nass auf einen Sonntag. Erstmal warm laufen, würde ich sagen. Ja. 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 Ja.